Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht heute mit keinem Let's Play oder sowas weiter. Ich wollte euch einfach mal mit etwas aufklären, euch erzählen, was mir letztens widerfahren ist. Dazu müssen wir ein bisschen ausholen, denn ihr wisst ja, eventuell, habe ich ja in letzter Zeit öfter gesagt, dass ich ziemlich viel Sims 3 spiele zur Zeit und da ja dann auch Store-Inhalte und so teilweise gekauft habe und es gab auch ein Sale of Origin und ich habe so gedacht, hm, die Welten sind doch vielleicht dann auch im Angebot und dieses Weltenwandel mit Monte Vista und Hidden Springs war im Angebot, was sehr, sehr cool war, weil ich dachte so, hm, wenn man diese Welten kauft, kriegt man ganz viel Zeug auf einmal und also auch an Gameplay-Items und sowas und das ist halt ganz cool, da ist ja auch bei Monte Vista dieser Holzofen bei, was ich auch gerne benutzt hätte, so deswegen dachte ich so, ja, dann nehme ich das, ne, also für 10 Euro für zwei Welten und noch so einen Schokoboden, klingt doch erstmal ganz nett. Ja, dann habe ich das auch gekauft und dann habe ich halt den Code einlösen wollen. Das muss man ja einlösen bei sims3.de oder so, weil das ja, was ja Store-Content ist. Das Problem war nur, dass wenn ich den Code eingegeben habe, dass da einfach stand, hey, das ist ungültig oder wurde schon eingelöst. Und ich war so, ähm, Entschuldigung, ich habe das aber bei euch gekauft, was ist das Problem? Dann habe ich das mit dem anderen Code versucht, mit dem von Hidden Springs, da hat es funktioniert. Monte Vista nicht. Hidden Springs konnte ich aber aktivieren. Und auch diesen Schokoladen-Fontäne, was auch immer, funktionierte nicht. Also dachte ich mir so, hm, was ist jetzt das Problem? Aber wo ich mir jetzt erstmal nichts Krasses bei gedacht habe, dachte ich, okay, vielleicht ist das ja einfach ein generelles Problem oder es gibt irgendwie einen Trick, um da drumherum zu kommen. I don't know. Deswegen, ich google und finde, dass andere Leute auch oft Codes von EA bekommen haben, die nicht funktioniert haben von Monte Vista. Also scheint das ein Problem von dieser Stadt in irgendeiner Form zu sein, dass Monte Vista anscheinend Codes generiert, die nicht funktionieren oder schon existieren. I don't know. Und meine einzige Möglichkeit war natürlich, ja, ich schreibe dem Support. Da ich jetzt nicht so die Zeit hatte, um mich auf diesen Chat einzulassen und telefonieren ist ja auch nicht so mein Ding, musste ich dann über E-Mail schreiben, zumal das mit dem Chat bei mir immer nicht funktioniert, weil das bei mir nicht pop-up. I don't know. Es gibt ja so ein Pop-up-Chat und dann bei mir passiert einfach nichts. Deswegen dachte ich, okay, dann mache ich es über E-Mail. Das ist vielleicht das Einfachste, so, weil dann kann ich das dann einfach dann machen, wenn ich dann auch Zeit habe und so. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die haben mich ein bisschen auch für dumm verkauft. Also ist jetzt nicht so, als hätte ich ja vorher nicht schon total viel versucht, um das irgendwie zum Laufen zu bekommen, ne? Weil ich meine, ich habe halt einfach 10 Euro ausgegeben und ich möchte natürlich meine Inhalte dann auch bekommen. Jetzt zeige ich euch jetzt einfach mal, was so in den Mails drin stand, weil das ist teilweise echt ein bisschen unter aller Sau, bin ich ehrlich. So, ich hatte das Ganze natürlich schön ausführlich erklärt in meinem Anliegen und so, wie man das halt so macht. Habe dann gesagt, dass ich über Origin gekauft habe, dass ich es bei Sims 3 versucht habe einzulösen. Bzw. ich glaube sogar, ich habe gar nicht gesagt, dass ich das bei dieser Seite einlösen wollte, sondern einfach, dass ich es einlösen wollte und dass es immer als ungültig da stand. Habe auch ein Bild eingeblendet, wo man sieht, dass ich diesen Code versucht habe einzugeben, der nicht funktioniert und dass der Code auch definitiv mir zugeschickt wurde an demselben Tag. Und dann kam als erstes zurück, wo hast du die Codes eingelöst? Du musst über Origin oder sims3.com, weil du musst die Weltcodes auf der Seite sims3.com einlösen. Ich dachte so, okay, das hätten die jetzt vielleicht nicht wissen können, weil ich glaube, ich habe es nämlich vergessen, in meinem Anliegen reinzuschreiben. Okay, ist okay, wenn man dann fragt, okay, vielleicht hast du es einfach einfach auf der falschen Seite eingegeben. Und das kann ich natürlich dann total nachvollziehen, dass man dann so antwortet erstmal. Genau. Ja, kurz darauf habe ich dann halt, also ich habe dann natürlich geantwortet und kurz darauf kam dann, wo haben sie das Spiel gekauft? Ja, Bro, steht in meinem Anliegen. Ich habe gesagt, ich habe es über Origin gekauft. Haltet mich nicht für dumm. Also, was soll das? Ich habe wirklich, ja, okay, also es war nicht kurz darauf, sondern es war ein paar Stunden später und es ist halt einfach scheiße, wenn man halt dann so viel später erst eine Antwort bekommt und dann steht da einfach nur drin, wo hast du das Spiel gekauft? Like, guckt ihr euch nicht die Daten an, die euch vorher zugeschickt wurden, weil ich habe halt alles Wichtiges schon gesagt. Aber das Einzige, warum ich da war, dachte ich mir so, könnt ihr mir einen neuen Code geben, weil der Code funktioniert offensichtlicherweise nicht. Ich möchte einfach nur einen neuen Code haben, weil ich möchte einfach meine Inhalte haben, für die ich bezahlt habe. Naja, das ist die Antwort, die danach kam. Er hat gesagt, ja, ich habe es wirklich über Origin gekauft und ich habe es über Sims 3 versucht, da einzulösen, bla bla, ging nicht, ne. Ich habe dann nochmal einen Riesentext geschrieben und meinte so, ne, weil ich war auch schon ein bisschen sauer, bin ich ehrlich. Und dann habe ich als Antwort bekommen, können Sie mir bitte die Codes für die Welten teilen, also die, wo das Problem liegt. Und da dachte ich so, okay, das ist ja dann schon mal schön, dann prüfen die das auf jeden Fall. Das ist ja auf jeden Fall schon mal schlau. Und dann kam nämlich als Antwort, die Codes sind bereits auf ihrem Konto eingelöst, wo ich mir dachte, dass es nicht war. Und dann steht da, ja, sie müssen die Welten aus ihrer Kaufhistorie herunterladen. Hier ist es erklärt, wo Welten steht, dort klicken sie auf mehr Anzeigen und danach auf mehr Anzeigen. Ne, und danach haben sie die Schritte. Und ich war da und dachte mir so, warum, die sind nicht eingelöst, du bist anscheinend gar kein Experte von dieser Sache. Weil, wie sollen sie eingelöst sein? Weil wenn du auf diese Seite gehst und dann da auf Welten drückst und auf mehr Anzeigen, steht da auch nur, löse deinen Code hier ein. Das heißt, die Codes sind nicht eingelöst. Ich war so sauer, ne? Weil ich dachte so, erst so, okay, vielleicht steht da ja irgendwas Sinnvolles. Aber das stand halt nichts, was ich nicht schon probiert hätte. Dann habe ich auf einmal eine Bemerkung bekommen, dass irgendeine Erstattung bestätigt wurde. Und ich dachte so, was für eine Erstattung? Ich habe nichts erstattet. Und da stand dann halt auch das Weltenbundel drin, wo ich mir dachte, hä? Und dann bekomme ich als Antwort, ich habe ihnen den Kauf rückerstattet. Die Bearbeitung der Rückerstattung dauert sieben bis zehn Tage. Also sie sollen geduldig warten, bis sie ihr Geld zurückbekommen. Und ich war da und dachte mir so, ich habe in der Mail so vorgeschrieben, ja, ich möchte einfach meine Inhalte bekommen für das, was ich bezahlt habe. Jetzt habe ich anscheinend mein Geld zurückbekommen, aber ich habe meine Inhalte ja trotzdem nicht. Also, ja klar, wenn ich mein Geld zurückbekomme, kriege ich natürlich meine Inhalte auch nicht. Aber das Ding ist, überlege ich mir jetzt, ob ich mir jetzt das dann nochmal neu kaufe oder nicht, weil anscheinend geholfen wird mir ja nicht, aber ich war mein Problem. Das finde ich nämlich sehr, sehr schade, weil wenn das Problem ja wirklich schon bei anderen auch bestanden hat, dass eben Monte Vista solche Probleme macht beim Installieren, dann scheint das ja nicht mein Problem gewesen zu sein. und deswegen weiß ich nicht, ob ich dann halt nochmal sagen werde, ich möchte das nochmal kaufen, weil das Problem ist halt einfach, Monte Vista ist eine Stadt, die man nur über Origin beziehungsweise EA App da kaufen kann. Die kann man nicht im Store kaufen, weil die Städte, die man im Store kaufen kann, die kauft man ja auch mit Simpoints. Das funktioniert alles sehr viel besser, als dieses, hier, ich schicke dir einen Code zu und den musst du einlösen. Weil scheinbar funktioniert das nicht. Naja, jetzt habe ich kostenlos quasi Hidden Springs bekommen, was natürlich für mich in dem Sinne positiv ist, aber ich habe mich tatsächlich mehr auf Monte Vista gefreut und jetzt bin ich halt schon ein bisschen sad darüber, dass das halt nicht so funktioniert hat, wie ich es mir gewünscht habe. Also ich muss sagen, der EA Support war in dem Fall nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich meine, als ich einmal ein Problem mit der Sims 2 Installation hatte, weil ich habe ja die guten Dinger hier, da haben sie mir wirklich gut geholfen und meinten, ja, es gibt leider die kostenlose Variante nicht mehr, ich kann euch die leider nicht mehr geben, weil das wäre natürlich halt dann unsere Möglichkeit gewesen eventuell, aber die meinten, das geht nicht mehr, das kann man so nicht mehr bei Origin einlösen. Also das mit der CD, wenn das halt nicht funktioniert, weil manche PCs bei denen klappt, weil manche leider nicht. Aber die haben mich da super toll beraten, aber das ist jetzt in dem Fall mit Sims 3 Monte Vista Code einlösen, hat überhaupt nicht geklappt. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil scheinbar schicken sie da auch keinen Menschen hin, der mir antwortet, der sich ein bisschen damit auskennt, weil angeblich wurde es ja schon eingelöst. Hahaha. Ja, witzig nur, wenn man es halt nirgendwo findet, weil in der Kaufhistorie ist es nicht drin gewesen. Also ich bin ja nicht doof. Jetzt wirklich. Also die haben mich verdammt verkauft. Und vor allem ja, keine Ahnung, dass es überhaupt zu so einer Situation kommt, ist halt auch irgendwie scheiße und dass es auch öfter vorgekommen ist und dass trotzdem keiner davon weiß anscheinend. Und was mich auch total gestört hat, ist eben, dass die Leute nicht ihre Unterlagen anscheinend prüfen, sondern einfach nur die letzte Nachricht, die geschickt wurde, ansehen. Und mehr passiert dahingehend nicht. Und ich bin da und frage mich so, aber warum? Also Leute, ihr sitzt da, seid der Support und versucht aber nicht mal annähernd zu supporten. Also das ist irgendwie ein bisschen kritisch. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es irgendwie besser werden würde, aber jetzt no hate, aber ich glaube nicht, dass es besser wird. Das finde ich sehr, sehr schade. Habt ihr hier schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht mit EA oder vielleicht auch mit einem anderen Support? Das würde mich total interessieren, was ihr für lustige Storys erlebt habt mit sowas. Vielleicht ist es bei euch ja auch schon mal total toll ausgegangen, weil beispielsweise hatte ich einmal ein Problem mit irgendwas mit Amazon oder so. Und die haben mir richtig, richtig, richtig toll geholfen. Es ist immer so und so und auch an wem man gelangt, das ist mir auch klar, aber ja, meine Erfahrung, die ich jetzt hatte, die ist nicht gut gelaufen. Naja, das war es dann jetzt auch erstmal so weit. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es ein bisschen fröhlich ist. Wir sehen uns dann. Bis dahin und Tschüss! Tschüss!